Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie ein Forum benutzen. Ein Forum ansehen Um die Diskussionen in einem Forum anzusehen, klicken Sie das Forum auf der Kursseite an. Wie die Diskussionsthemen und Forumsbeiträge angezeigt werden, hängt vom Forumstyp ab. In der Regel sehen Sie oben den Anleitungstext zum Forum und darunter aufgelistet die einzelnen Diskussionsthemen mit folgenden Informationen. Betreff und Autor des Startbeitrags, Anzahl der Antworten und Datum bzw. Autor des neuesten Beitrags zum Diskussionsthema. Wenn Sie ein Diskussionsthema in der Liste anklicken, sehen Sie alle dazugehörenden Beiträge. Ein Diskussionsthema besteht aus einem Ursprungsbeitrag, mit dem das Thema eröffnet wird und gegebenenfalls beliebig verschachtelten Antwortbeiträgen. Die Darstellung der Antwortbeiträge hängt vom Anzeigeformat ab, das Sie über das Auswahlmenü Anzeige oben auf der Seite auswählen können. Zur Verfügung steht Anzeige nach Zeit, Anzeige hierarchisch oder Anzeige geschachtelt. Einen Diskussionsbeitrag schreiben Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Beitrag zu schreiben, als Startbeitrag eines neuen Diskussionsthemas oder als Antwort auf einen anderen Beitrag. Folgende Schritte sind zu tun. Klicken Sie das Forum auf der Kursseite an. Um eine neue Diskussion zu beginnen, klicken Sie auf den Button Neues Thema hinzufügen oberhalb der Liste der Diskussionen. Wählen Sie im Textfeld Betreff einen geeigneten Betreff für Ihren Beitrag. Um zu antworten, klicken Sie das Thema in der Liste an, an dem Sie sich beteiligen möchten. Klicken Sie in dem Forumsbeitrag, auf den Sie antworten möchten, auf den Link Antwort. Der Betreff wird automatisch eingetragen. Im Textbereich Mitteilung schreiben Sie Ihren Beitrag, der auch Bilder, Töne oder Emoticons enthalten kann. Im Auswahlmenü Abonnement wählen Sie, ob Sie Beiträge aus dem Forum als E-Mail erhalten möchten. Sie können eine oder mehrere Dateien als Anhang hinzufügen. Klicken Sie auf den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich der Dateibrowser. Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch oder wählen Sie eine bereits hochgeladene Datei aus einem Verzeichnis aus. Die ausgewählte Datei wird nun als Anhang angezeigt. Oder ziehen Sie die Datei per Drag & Drop direkt von Ihrem Computer in den Dateibereich. Klicken Sie abschließend auf den Button Beitrag absenden, um den Beitrag zu veröffentlichen. Sie haben dann maximal 30 Minuten, um Ihren Forumsbeitrag nachträglich bearbeiten zu können. Ein paar hilfreiche Hinweise. Wenn Sie eine Bilddatei als Anhang zu einem Forumsbeitrag hinzufügen, dann wird das Bild direkt im Anschluss an den Text in voller Größe angezeigt. Das ist eine effektive Möglichkeit, Bilder zu verbreiten, ohne den Umweg über Datei ab- und Download zu gehen. Analog können Dokumente bzw. beliebige Dateien als Dateianhänge über Foren ausgetauscht werden. Sehr lange Forumsbeiträge können Probleme bei der Suche in Foren bereiten. Außerdem sind sie auf Bildschirmen schlecht zu lesen. Als Alternative bietet es sich an, längere Beiträge, die durchaus Ihre Berechtigung haben können, in einer Textdatei zu verfassen und diese Datei als Anhang zum Forumsbeitrag hinzuzufügen. Die Suche im Forum Sie können alle Foren des Kursraums nach einem Wort oder einer Wortgruppe durchsuchen. Bei der einfachen Suche geben Sie nur einen Begriff oder eine Wortgruppe im Suchtextfeld an und klicken Sie auf den Button Suche in Foren. Nach dem angegebenen Begriff wird dann in allen Forumsbeiträgen in allen Foren des Kurses gesucht. Wenn Sie die erweiterte Suche in Foren nutzen möchten, klicken Sie auf den Button Suche in Foren ohne im Suchtextfeld etwas einzugeben. Diesen Button finden Sie rechts oben auf jeder Forumsseite. Alternativ können Sie auch auf den Link Erweiterte Suche im Blog Suche in Foren auf der Kursseite klicken, ohne etwas im Suchtextfeld einzugeben. Sie werden auf eine Seite geleitet, auf der Sie Ihre Suche spezifizieren können. Bei der erweiterten Suche können Sie folgende Parameter angeben. Alle Worte können an jeder Stelle des Beitrags auftauchen, ein oder mehrere Wörter oder Wortteile, nach denen in allen Forumsbeiträgen gesucht wird. Dieser Text muss genau so im Beitrag vorkommen. Es wird nach exakt dieser Phrase gesucht. Diese Worte sollen nicht im Suchergebnis vorkommen. Verwenden Sie dieses Feld, wenn nach bestimmten Wörtern nicht gesucht werden soll. Als vollständige Worte suchen, ein oder mehrere ganze Wörter, nach denen in allen Forumsbeiträgen gesucht wird. Beiträge müssen neuer sein als Die Suche wird auf Beiträge beschränkt, die nach dem angegebenen Datum veröffentlicht wurden. Beiträge müssen älter sein als Die Suche wird auf Beiträge beschränkt, die vor dem angegebenen Datum veröffentlicht wurden. Forum für Suche auswählen, in welchen Foren soll gesucht werden. Diese Worte sollen im Betreff vorkommen. Die Suche wird auf Beiträge beschränkt, die diese Worte im Betreff haben. Name des Autors oder der Autorin Die Suche wird auf Beiträge des angegebenen Autors beschränkt. Wenn Sie Ihre Suche spezifiziert haben, klicken Sie auf den Button Suche in Foren ganz unten im Formular, um den Suchvorgang zu starten. Die gefundenen Worte sind in den Suchergebnissen gelb markiert. Viel Spaß beim Diskutieren und Austauschen!